hallo und herzlich willkommen zurück zu bernikweißig repentance wir waren zuletzt stehen geblieben bei challenge glaube ich xxxxxxxxl genau und nun machen wir den kreer modus so stimmt ja ich hab ja verrückt was er gesagt war kommt jetzt der keeper ja freu mich überhaupt nicht möglich sein sind richtig mit zwei herzen nur zwei coins zweifelt irgendwie haben das wird jetzt schwierig glaube ich keine gute xxxxxxxx bekommen ja glaube ich schon dass jetzt schwierig wird so auf der leute an jedem tag gehabt ich habe gerade gut schlafen noch mal und power nappen und ich habe gesehen aktuell ist ja die offener bei mir am fünften zehnten ok bin ich auf den sack war ja klar ich verspinnen oder nicht doch ok ich habe mir bezweifelt dass ich überhaupt ein herz auch bekomme ja und wir sehen das thema rebel inc aktuell update haben 1,6 gigabyte was quasi so ein versus modus gibt ich habe überlegt das wieder aufzunehmen ein bisschen weil rebel inc glaube ich man hör auf zu springen das ist echt gut für ihn das ist echt perfekt seite ähm ja und ich würde nicht unbedingt mit versus spielen weiter weil ich nicht dafür der ist halt bescheuert ey ich bekomme nicht mal einen münzen weg dann wenn ich bekomme also klappt das trinket ja nicht für ihn oder was ich sage wirklich hier beschiss hier ach bitte ach bitte doch klappt das aber nur teilweise das war mani werfen keks ach danke 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 ach bitte hört auf genau tut das alles selber danke die haben wir dankt irgendwie vom keks ja und habe überlegt rebel inc wieder zu spielen hat eigentlich viel spaß immer rebel inc relativ eigentlich ernsthaft macht eigentlich viel spaß wer was depression cool ja das kann ich ja auf dann so ist ja das ist sie hat das du du die schlüsse waren nicht schnell ja ich habe überlegt bisschen das aufzunehmen also jetzt aufzunehmen schon ein bisschen bock habe darauf jetzt ehrlich ich habe jetzt mal nur zufällig die ganzen sachen hier ja ich weiß nicht warum ich jetzt mal die schlüsse bekommen habe und ich würde mich also ich will wie ich meine andere aufnahmen bitte blanking hatte meine ersten vier ich versuche es in der aktuellen situation das besser zu machen da schraube ich mal die grafik runter dass es halt nicht so kacke aussieht am ende ich will versuchen cool cool nein nein oh scheiß speed down cool das brauche ich unbedingt das kriegt nur scheiß item wir werden wir nix bringen mehr boah das war so gute wesen fiktor ich habe kein bock restart für den helfer meint das nicht was ist das für ein scheiß jetzt bin ich gar nicht pisst tut mir leid aber keeper ist halt nicht schlecht zeig mir was für einen trinkl bekomme ich denn cool naja das geht ja noch das geht ja jetzt noch mit den speed äh äh hier tears up man die kack fliegen ey die waren so bescheuert ich hab die man das war so einfacher durch die challenge man die scheiß fliegen gehen mir so auf den sack ey die neuen fliegen sind kacke ich bin jetzt ehrlich man hör auf zu springen du kack du bist zu langsam einfach keeper weißt du das warum hast du dich wie alle anderen einen mal 0,5 ey 0,9 weil ich selbst maggie ist hat dafür mehr das ist die tanki als du das ist zwar dreherschuss aber ist dreherschuss aber das mische ich ja dass er den tisu daunen dass er halt nix über den obelix bringt ich dachte schon der ich dachte schon noch mehr noch mehr cool ich werde mein mein schlucket man ey gib mir auf den keks das ist eh ich spreng dir alles selber genau töte den ich war gerade ganz gut und laute gewesen ja aber die fliegen die haben hier gerade mal eine gute laune zerstört einfach mal ja cool cool i like it cool little horn aber wenn ich minus 2 lack habe wenn ich minus 2 lack habe trinkt mir auch mit gar nix absolut bullshit ist das item dann auf jemal cool ein damage bekommen oder eine münze weniger bekommen jetzt aufsammeln aufsammeln cool das war natürlich sinnvoll danke dass mir haunt mir monstrum im gesicht über offen hat ist verständlich wirklich da waren wir gute wesen ja da waren wir wirklich gute wesen der vor mit den scheiß schlucken penny aber nein man die kack fliegen immer so auf den keks das ist übrigens ich würde hier noch die late night bei mir ja bei ihm für mich keinen sinn ergeben cool nicht mal pin das ist ja auch für uns zu springen ganze zeit man hör auf mal zu springen das ist ziemlich verarschen dann schießt sie überhaupt am ende noch was soll ich jetzt damit jetzt ohne spaß wie kann ich das hier mit ist mir kackegal ich bin so an der piste lang ich bin richtig an der piste gerade cool trollbombe das ist natürlich awesome hat mir viel spaß gemacht wenn ich hier irgendwann mal gewinnen würde so gut ich sag so ich versuche hier noch lass mich blöde sagen blöde sagen ähm halloo cool wir hätten nicht bekommen nur eine münze dazu und nicht wirklich einen container dafür sehr wettig ja war mir klar das war mir einfach klar warum hat ihr das überhaupt eingenommen cool mein bei loan bei loan vielleicht bekommen wir den trinket da wir die nehmen d4 cool nehmen wir mit ja unbedingt brauche ich das Item man ich bin heute also wie gesagt die ruhe wirklich die ruhe hat mir eigentlich vollkommen neutral gewesen ich hatte eigentlich kein ich bin kurz davor verließe schon so viel herzen so viel münzen nur weil du dein Leben nicht in den Griff bekommst genau tötet mich ich bin wirklich an der Pist cool, it's crazy ich krieg jetzt viele Fliegen für wir sind hier ist ab hier ist ab für Fliegen cool tötet mich auch noch feiern bitte ja, unbedingt brücken lag aber so ok, aber bringt mir keine Range mal versuchen wir glückdienst zu zersprengen na gut, hat mir was mehr gebracht und jetzt sprengt euch euch hier und hat nichts gebracht let's go ich bin jetzt sehr stark demotiviert vom Spiel weil du hä? was sagt den Scheiß? cool nimm das mit nimm das Wort dann für mich wow spectra-tears ok, ich hab movement speed bekommen, das fehlt in Ordnung movement speed und tears haben wir vollkommen in Ordnung dass ich wenigstens damage bekommen, ist bescheuert ja damit kriegt Leben damit kriegt wirklich Leben damit kriegt wirklich Leben wait a minute gibt's not hooted? yes äh äh nicht unbedingt Geizte aber besser als nix wo sind hier zwei Champions ich würde alles verarschen, oder? und ich werde ihn nicht so spüren, bis ich den Scheiß Keeper gefällig habe hier geht mir jetzt auf den Keks, danke ok oh man sorry ach geil warum sind die eigentlich ich würde sagen, muss ich den Creed Modus nicht so oft spielen also, wenn ich dich fertig habe, Keeper, wirst du nie wieder mehr in meine Favoritenliste kommen Gott sei Dank habe ich so hohe Prozentzahl also, ich würde sagen mein neuer Hass-Character ist nicht mehr Samsung sondern er im Creed Modus am schlimmsten ich kann mich zwar auffeiern mitten im Raum, weil ich halt Münzen habe aber dann bringt mir am Ende nix mehr äh elf elf Münzen, cool ich kann mit nix anfangen ich kann nix na hallo äh Larrys da wäre er ein bisschen weggesnackt oh Duke Duke da ist du, wo du es so angeknabbert, ja hast du bemerkt was war die da unten von mir hast du das nen Job ihr scheiß Hippies ah das er kommt wird nicht so geil weil er bedeutet für mich wieder es wäre geil, wenn ich da früher ein Item bekommen würde dass ich fliegen könnte vielleicht Spaceball Item ja natürlich cool nein nix wir haben die erste Ebene manchmal geschafft die erste, ne wir haben die zweite mal die erste Ebene gekommen ob wir ein schönes ok Tiersab ist von mir vollkommen in Ordnung für mich äh ich hab da eh kein Item also nix das mit hmmm ne danke es war schön dass ich mehr Tears bekommen habe aber das ist kacke für mich also das ist jetzt wirklich muted Tears ab was ich so ein Tears abkomme bekommen habe ist für mich sehr wertvoll für mich Kloos stirb einfach bitte ach nee nicht ihr äh und Verwechselung nicht weil ich kein Damage habe das stimmt wesentlich selber fuck you ja zweimal von euch praktisch überhaupt verdient ach nee ey dass du dazu kommst wo musst du denn jetzt dazu kommen ach das fällt ja noch den Scheiß ab guck mal du stehst direkt neben mir ja und du springst jetzt einfach ja doch MOTHERFUCKERS cool also ich bin sehr dumme demotiviert hier im Spiel ich bin langsam mal es wirklich null Bock oder aktuell wirklich null bock spreng ich weg ja ja das wird gut heute ja 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 dann kommen bitte die kacken mücken hier essen sie nicht mücken sondern ich bin genau gibt mir mehr damage ich will halt keine items haben hier im creed modus wo man geld braucht der hofen hier noch mal weiter jetzt jetzt habt ihr richtig übertrieben den spinnen ich bin nicht begeistert von der challenge also nicht von der challenge vom klar 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 eigentlich krieg ich nicht wieder auf hier im game cool geil das alter bringt mir viel besonders für die hier ach da ist noch eine mal okay So, pack besser in Kontrolle, hab den, den Vogel, der war wohl der erste, den ich damit schon gemacht habe, ach sein scheiße Jahre, ach guck mal hier, wieviel Herzen, äh wieviel die Münze nicht bekommen habe, in beiden, normalerweise hätte ich schon längst über 15, aber stimmt ja, ich hab ja auch, ach bitte, kann aber jetzt nicht wahr sein, echt jetzt, müsst ihr mir das antun noch. Genau, brennt euch einfach selber weg, darauf folgen wir immer am meisten, wenn das passiert. Nein, danke, einfach zerrinnen und, ich hab keinen Lausnen, also die Motivation lässt sehr stark nach vom Spiel. Warum denn auch, aha, Wild Job, Short Speed, was bringt mir das eigentlich nix, ob ich das hier mache, dann seid, cool. Na cool, jetzt hat's für die Münze nix bekommen, ich hab für, was ist das für'n Scheiß hier, ey. Hundefutter, cool. Gibt er jemanden bekommen? Hä? Er geht einfach fliegen bekommen, ja, cool. Das ist besser, ja. Im Scheißspiel gibt es kein System mehr. Klar. Ach cool, die spinnen unten und dann hier oben. Ihr seid mir so sympathisch. Ja, das ist ja schön. Also wie gesagt, ich bin jetzt schon ein bisschen an der Piste gerade. Also ich bin mit gutem Gefühl in der Aufnahme gegangen, aber das hat mir gleich übelst verkackt den Rang. Genau, gibt mir einfach nichts mehr. Hier, nehmt die Bombe und stirbt. Stimmt ja, die schießen einfach die Bombe weg, wenn die furzen. Cool, weil ich auch Anfang Family Items habe. Ach cool. Das wollte ich unbedingt haben. Vier Spinnen. Vier Spinnen waren die schönsten Augenblick. Oh nein, nicht ihr. Ihr, ihr stirbt jetzt sofort. Mann, ich hatte auch so viel Tiers ab. Wir haben in einer anderen Runde. Wo soll ich da gestorben nochmal? Ich weiß, ich gehe nicht mehr. Habe ich voll vergessen. Also wie gesagt, ich habe jetzt gerade irgendwie eine Blockade im Kopf gerade. Weil irgendwie nichts funktioniert hier. Weil ich würde glaube ich Keeper allgemein bis jetzt noch nichts freigeschalten habe. Das hätten wir im normalen Spielstand nicht. Ich mag ihn zwar, der hilft mir wirklich viel, aber dagegen nicht irgendwie. Ich habe ihn. Ich habe ihn. Oh. 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 noch mal die kassel spinnen cool ist fast in mir eine sprung ja danke dass du ihn getötet hast ja wenn man tiers feuert heißt das wirkt schon warte aber man kann die tiers feuert und 25 prozent sind 25 prozent man merkt quasi gar nichts bitte warum kommt noch die ich verstehe nicht warum noch dazu es kommt schon ein special gemini aber warum muss denn unbedingt dazu noch die körper kommen man hat keinen sinn ich ach natürlich geht mir ein ich 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 Eine Coin. Na gut, nehm ich gewinne das mit. Wird nicht bekommen, niemals ne Scheiß. Charity, Deaths. Two of Clubs. Nehm ich Charity mit, für die Erzähl. Nehm ich jetzt Deaths mit. 100 Absorbling. Genau. Converted this. Oh, let's go. Ah, das geht im Wochen. Jesus Juice. Ja, Damages ist voll gut. Nicht unbedingt wertvoll aktuell. Ja. 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 Oh, Mann! Nicht die Dinger So viel Spinnen! Aber die sind langsam, Gott sei Dank und gleich verwirrt Der jumpt gerade Dass da der Sklitter nur noch hinten lebt, das ist eine absolute Frechheit So viel Spinnen Closer Schuss Also mit dem Charakter kann ich mir fast vorstellen, wie wir sie los spülen hier aktuell Warum bewegt denn eigentlich der Charakter ist natürlich so unnütz, muss ich jetzt sagen Der macht ja nix Spaß Du hast ein Dreher Schuss Cool Aber dir bringt das früher später ja nix Jetzt frage ich euch Also bekommt man auch nicht mal zwei Schaden Wenn man getroffen wird Sondern nur ein Schaden Aber ein Schaden ist natürlich eine Münze Ja Münzen Ah cool Wenn ich einen Hit bekomme Wenn ich einen Hit bekomme Achter die Tears halt noch gar nicht ab Wie geht mir geht gerade Ah Pinnen Zwei Pins Ah das war scheiße für mich Ah das war scheiße für mich Das war noch nicht soviel Ich hatte gar nicht mehr Tiers ab Ja 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 Also wie gesagt Leute Oh Danke Pistola Für die Spende das Damage Für die Spende das Damage Auficias Zwei Pins Zwei Pins Zwei Pins Zwei Pins Spawn two random items, the pen and the crew room item pool Interessant, einmal benutzbar Probieren wir mal aus, ich kenne es nicht, also probieren wir mal aus Genau, der lag auf, ok Cool, range up Ace of Club 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 brauche ich keine ja ich nehme dann flat penny mit weil flat penny ist wirklich wert wertvoll jetzt gerade weil ich eh seit münzeneinsammelkeit die schlüsse sparen einfach verrückt vielleicht können der der run sein jetzt es könnte der run sein wenn wir reden was ich ein scheiß besen ich wollte das schluck die schluckte perny einfach mal ja die op ist davon war und ich da zwei drei schüssen trug bin ich sein mir sport ist die größte unverschämtheit überhaupt so erstmal den penny mitnehmen jetzt jaha so spare ich mir wirklich viel konjoint und das ist halt gut das item das ist halt scheiße ich das ist halt eine ich das ist halt das ist halt ich 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 25 prozent ja Motherfuckers ok einfach runter gehen desäben vielleicht Little Steve ok etwas gutes ja nee ich brauche irgendetwas dazu hilft ein Orbiter zum Beispiel BFF BFF ja das bringe ich oh nee hier ich kenne euch nicht mal so gut mann mann oh die Libesties sind gerade göttlich für mich ey wirklich die Little Steve wird mir richtig die ich lasst die 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 ich krieg jetzt so viel schlüssel und nicht ihr ihr seid sehr beschein für mich aktuell little steve ihr rettet mir wirklich den arsch perfekt die mode hat kann vielleicht und gegen herz 20 prozent mehr damit ich glaube red container hat achso geht nur okay im anderen stand das da nehmt das die wir mit ja ist aktuell besser glaube ich für mich ok ok ich bekomme maxx maximal drei leben pro krieg bis insgesamt haben was für ein bullshit hä ich soll jetzt die mitsch bekommen äh ja Vielen Dank. Noch geht das aktuell, ganz klar. Muss ich persönlich sagen. Dass meine Dudes mehr Schaden machen, finde ich halt so gut. Das hilft mir jetzt wirklich viel. Super Lust. Oh nee, nicht du. Oh, danke. Oh, kann ich halt an dem Baby hier stehen und dann nix tun? Eigentlich schon. Trinkt echt. Okay. Alles klar. Okay, ich habe doch eine Möglichkeit gefunden, den Run-and-Easy-Modus zu spielen. Was soll ich denn mit dem Scheiß? 30. Fühlt mir auf den Keks. Also das Item ist voll gut für die aktuelle Situation. In der aktuellen Situation. Kann sich auch schnell ändern. Bouncing Tears. Ja, ist gut. Das Ding war auch gut. Ja, Delay ist halbwegs gut. Das Ding war auch 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 gut. flat penny ist das geilste überhaupt nicht jetzt schon wieder da ich will euch nicht eigentlich nicht haben also die ley war nicht in ordnung für mich gewesen aktuell nach monstro wieder ich zeige nix seging range ab Ach, hier. Warte, was er geschuldet hat und dann habe ich keinen Bock gerade. Jutta, jetzt ist tot. Leider komme ich da nicht ran. Wir machen jetzt, ich habe keine Lust auf Risiko hier. Heiko will ich nachschubkommen? Ja, habe ich. Meine Freundin, meine Freundin meint, sie bekommt jetzt den zweiten, dritten, die dritte Impfung gerade von Corona. So. But in Yuland, normal ist, aktuell. So. In real life? Hm. Meine Wächter. Control Tears, ist es wirklich weise? Weis ich jetzt aktuell. Sieht noch relativ. Ähm. Er hat verwirrend aus. Anstatt hilfreich. Irgendwie nicht hilfreich. Warte mal, ich habe eine Idee. Jetzt wollte ich immer nur stehen bleiben hier aktuell. Weil der da rumfliegt bei mir. Eigentlich. Doch eine gute Idee. Wir spielen die Cheesy Variante. Wir spielen die Cheesy Variante. Also. Ich muss sagen. Die letzten Runde, die wir üben. Aperfaktor. Jetzt ist es schwierig. Doch, es ist nicht mehr schwierig. Der Schubs war die ganze Zeit weg, wa? Mit den Schüssen. Ganz leicht. Oh, Holo. Ist auch dabei. Gleich wollen wir durchstarten. Dass wir hier oben weg sind. Jetzt kommt's. Ich weiß nicht, ob es wirklich gut ist. Das ist ein Item. Oder. Jetzt kommen wir aus. Der Sch gift wenn wir hinterher승en haben. Hm, das habe ich vergessen. Einfach mal so einen Schuss rausfeuern ist okay, wenn ich nicht mehr Luck Stats habe, werden viel mehr rauskommen. Achso, dann werden wir kurz stehen, weil das habe ich jetzt wirklich keine Lust. Da sage ich wirklich, ja Kinder, das ist jetzt zu... Wie gesagt, wir spielen jetzt cheesy hier. Auch wenn es halt lame ist. Aber ich riskiere jetzt nicht unbedingt den Run hier für Spectral Tears, Betrayer, ne, alle Scheiß-Items, ich wollte nix, so, The Shop, Tears Up, die sind bloß schneller am Ende, glaube, ja, ja, die bewegen sich bloß schneller, denke ich mal. Aber vielleicht die Chance, dass du mehr von denen aus spawnen. Doch gut, ich würde meine cheesy Variante weiter benutzen. Das ist so dumm. Das Problem, ich glaube, dass meine Stinger jetzt da oben hin gepfadet, leider. Und nicht hier unten. Ja, die Bomben bin ich nicht schuld, Junge. Aber wenn ich bewege, bekomme ich gleich... Was ist das denn hier? Die kleben alle bei mir dran. Das war knapp. Feier erledigt, alles klar. Ich habe nicht unbedingt Bock mit dir zu kämpfen. Na, scheiße. Eigentlich hätte ich gar keinen Bock gehabt. Das Wort eigentlich kenne ich ja. Ja, jetzt habe ich einen kleinen Scheiße gemacht. Jetzt brauche ich die da oben. Ja. 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 Krampus, du hast mir gerade Nichte fehlt Lump of coal, cool Wait a minute, guck mal wie groß die werden Na ran hier, wenn ich kleiner Wenn ich wieder weggehe, wenn ich größer Ah, das wird Das ist schon lustig Ähm Wir brauchen nichts Aber jetzt spüre ich wirklich cheesy Leider Wenn das länger dauert, als ich da Denke werde ich glaube ich sicherlich vorspulen In diese Schicht hier Weil ich Tut nicht damit an, dass es hier Zu lang für euch dauert Oh 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 das wird alle waren wo wieder oben instillen Ah, nein. Oh, das war Knopf. Oh, Mann, ey. Also, wie gesagt, Cheesy Methode ist jetzt nur aktiv, weil ich keinen Bock habe. Den scheiß zu verlieren, weil ich nicht unbedingt, ey, ihr habt mich doch jetzt gerade mitbekommen. Wie toxic ich jetzt hier war. Ey, der könnte mich mit Brief und Siegel sagen, dass die mich damit verstehen können, dass ich darauf jetzt keine Lust habe, mich jetzt dermaßen zu riskieren alles hier. Dass ich jetzt quasi vollkommen verlieren könnte. Steepsel. Steepsel. Und jetzt kommt unser Freund. Und jetzt kommt unser Freund. Was ist denn hier? Ein Item, was mir Münzen bringt. Ja, los, Knuspern, wir müssen auseinander. Und easy. Easy peasy. Rip of Creed. Wie gesagt, ich habe das noch nie geschafft mit dem scheiß Keeper. Das bringt mich überhaupt noch mal zu füllen, die ganze Sache hier. So, das machen wir einfach mal. Wie gesagt, das war eine scheiß Runde. Ich habe einfach keinen Bock mehr gehabt. Ich bin so an die Pilsenwiesen vom Spiel gerade, dass es einfach keinen Spaß mehr gemacht hat. Ich bin damit trotzdem fürs Zuschauen, wer bis hierhin noch durchgehalten hat. Und ich hoffe, man sieht sich dann bald wieder an der neuen Runde von Binding of Isaac Repentance oder einer meiner anderen Spiele, die ihr vielleicht beobachten könntet. Könntet? Müsst aber nicht. Also Leute, dann haut rein. Ciao, ciao.